Hey Freunde, damit kommen wir zur legendären Dr. Sloan Woche 11 Herausforderung, Phase 4 von 6. Sammle eine Blumenvase in Lazy Lake ein. Insgesamt gibt es dort drei Blumenvasen. Ich zeige euch kurz die Fundorte. Wir fangen hier gleich rechts unten am Pool bei Lazy Lake an. Dazu landen wir hier am Pool und dann sehen wir es hier auch schon blau. Hier wäre Nummer 1. Von hier aus bewegen wir uns dann hier rüber. Hier rüber und dann hier am Gebäude vorbei. Hier über die Mauer und hier hätten wir Nummer 2. Kurz die Waffe mitnehmen. Von hier aus laufen wir dann wieder hier zurück. Laufen hier an dem Gebäude lang und hier wo wir den Stein haben. Zack, drehen wir uns um und da hätten wir Nummer 3. Sammeln wir kurz ein, zack. Und damit wäre die Herausforderung auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!